Wir befinden uns nun in der Hauptansicht von unserem Programm. Jedes Programm besteht aus einem Hintergrund und aus einer beliebigen Anzahl von Objekten. Das kannst du dir so ähnlich wie bei einem Theaterstück vorstellen. Der Hintergrund ist die Bühne und jedes Objekt ist ein Schauspieler. Oder auch als Fussballspiel. Der Hintergrund ist das Spielfeld und die Spieler die Objekte. Somit gibt es jedes Objekt nur einmal und es ist nicht möglich, zwei Objekte gleich zu benennen. Da wir ein leeres Programm erstellt haben, gibt es noch kein Objekt. Rechts unten findest du den Play-Button, mit dem wir unser Programm jederzeit anschauen können. Was passiert also jetzt, wenn wir auf Play drücken? Genau, da wir noch nichts gemacht haben, sehen wir nur einen leeren Bildschirm. Mit Tippen auf Zurück kommst du zur Steuerung unseres Programmes. Hier können wir unser Programm neu starten oder wenn du auf Zurück drückst, kommen wir wieder zur Hauptansicht. Soviel zum Aufbau von Pocket Code. Zeit unserem Programm Leben einzuhauchen. Ich bin dreiben. Untertitelung des ZDF, 2020